Hallo und Herzlich Willkommen bei Bad Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach ein Ticket und heute habe ich das Spiel Yokai Tamer. Ich weiß gar nicht, ich glaube das Spiel kenne ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich möchte wieder ein XL-Video machen, also sprich die Tagesquests spielen, die man später wieder freispielen muss. So kenne ich das? Oh, ich habe das doch schon gespielt. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Ich bin Level 2.0. 206 mittlerweile. Naja gut, dann schauen wir uns mal das an und machen die ganzen Tagesquests fertig, würde ich mal sagen. AutoQuest 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 So, da sind wir. Oh, ist das voll das Bild. Aber jetzt kann ich mich daran erinnern. Ja. AF AutoQuest Check in, dritte mal spiele ich das spiel jetzt so dann müssen wir erstmal die quests suchen wo sind denn die quests da waren noch mehr sachen ok da ist das also ich mache das wie bei anderen spiel auch ich gehe erstmal und sammle die ganzen ausrufezeichen in manchen spielen sind es ja punkte hier ist es ein roter punkt mit ausrufezeichen alle verbessern so 8. 8. 9. 10. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. Okay, da jetzt so. Ach, jetzt habe ich gleich Kampf angenommen. Fehl. Okay. Kein Problem. Okay. Verstehe ich nicht, aber egal. Dann haben wir jetzt Friends, Males, eine Cola oder ein schwarzes Getränk mit dem roten Label und einer weißen Tatze. So, jetzt haben wir alles gelesen, alles geklärt. Oh. Da, oh. Das ist meine Tagesliste, was ich machen muss. 310 werden. Aber da können wir gleich hin. Oh, wir machen das. Wir machen erstmal hier die, fangen von unten an, weil oben ist die Hauptquest. Wenn wir die gleich machen. Wir machen das einfach einsam, während wir hier laufen. Arena. Nein, kein Arena Kampf. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Mal rein. Ich habe den K.A.T.O.D. auflevelt Mein K.A.T.O.D. Das sind Dailies. So kommt man direkt hin. Oh Dailie hat schon einen fertig. Schon Drei fertig, gut. Ich weiß gar nicht was man hier mit den Spielkarten macht. Fünf. 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 dem weiß ich auch nicht genau was ich machen muss ja gut, dann gehen wir weiter, das wird der hier, ne, ne, da war ich, jetzt, äh, die ist im Dickfest fertig, dann machen wir jetzt den hier schnell so, die achte Quest fertig und jetzt kommt die neunte Quest Spray, gut, gut kostet, ich hab auch gar keine Punkte in dem Spiel gibt es ganz schön viele verschiedene Werte das war groß ist das ne Katze oder ein Hund, ich dachte gerade das für ein Hund sieht anscheinend hier doch aus wie ne Katze ok jetzt kommt die letzte Quest und dann wird gleich weitergemacht mit Miku Escort und dann noch einmal hab ich jetzt noch ne Day abgeschlossen und dann kommt die eigene Bissler und dann kommt die eigene Bissler sch harmful okay jetzt hat´s geklappt vorhin nicht aber gut, 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 gut reicht mir da ist noch so** Ich habe 5 Katzen und wieder eine Katzenkohle. Okidoki, dann kommt jetzt die nächste. Ach, Arena war PvP. Kann ich das machen während ich kämpfe? Dann werden wir mal schauen. Was ist denn da? Was ist denn da? Was Frau, ok? Ach so. Und wo begleite ich die hin? Was ist denn Gold City? Was ist denn da? 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 Ich muss schauen, ob ich das richtig gemacht habe. Also hier oben muss ich kämpfen bei den 3 Sachen bestimmt. Wie kommt man hier wieder raus? Wie kommt man hier raus? Ah ok. Dann machen wir hier erstmal weiter die Rüstung. Alles verbessern. Okay. Das war's für heute. Ich habe den 4ze, den kann ich Pinnik kaufen. Er will erhöhen, keine Ahnung wofür, aber wir machen es mal. Er will erhöhen, keine Ahnung. Was kann ich denn hier machen? So. Ich verstehe diese Quest nicht. Ich verstehe diese Quest nicht. Ich verstehe das einfach. Daily Walk Chip. Oder ich mache es anders. Die fangen jetzt endlich an mit. Mit die Dailies. So. Daily Christ fertig. Okay gut. 0 von 20. Ich habe noch keinen fertig. Friends Gift. Habe ich Freunde? Freunde. Freunde. Friends List. Habe ich doch vorhin schon mal gehabt. Das war bei Briefen war das bei der Post. Naja. Ich glaube ich hatte auch gar keine Freunde. Das nächste. Na Freunde. Ja. Ich habe keine Freunde. Ich habe keine Freunde. Ja. 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 Ich habe noch alles gehört. Ja. Na dann! Es hat ja eine halbe Stunde fast gedauert, bis sie erst mit dem Spiel anfangen. Verrückt! Ich bin immer noch in Level 208. Ich brauche 1,2 Billionen PS. Ich habe... 500 Millionen gleich. Ach, hier steht 1. End. Jawohl! 2 Mal eine Frischungsanfrage? Ja, das bin ich auch schon mal bei der anderen. Da, schon wieder. Die B report, ist ja großartig. Justine lässt 4. Bei der Teile Na ja. Gibt es nur noch die 3 Spieler? Hm. Los, los, los. Ich habe noch... 1 Minute und paar Sekunden. Ich wollte gerade auf Quit drücken. Weil da oben ja immer Quest war. Oder Daily. Oh, da steht der Quit drunter. Zieh den Finger. Das hätte ich sie abgebrochen. Ich glaube, das sollte ich nicht. Wenn das eine Daily ist. Was haben wir hier noch? Ja. 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 Boah. 199. Wie viel habe ich von dieser Währung? Ich weiß es nicht. Ich habe mal Probleme zu kaufen. Ich habe mal Probleme zu kaufen. Ja. 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 Was mache ich denn jetzt schon wieder. Für die Kunde. Ah. Cooler Fläche. Easy peasy. Ist das denn auch ein Daily? Ach Mensch. Ich drücke schon wieder Sachen rum. Easy peasy. Easy peasy. This is the battle that put all the Fames on the table. This is the battle that put all the Fames on the table. Outro走 Easy peasy. Oh, ich habe einen freigespielt. Die habe ich. Das ist jetzt eine andere. Easy peasy. Oh, da hat er noch einen. Nächste epische Karte. Schön, schön, schön. Das ist die Begriffe. Das ist die Begriffe. All the fame is on the table Charakter nochmal aufwerten All the fame is on the table Ha 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 Oh, er hat Probleme. 160? 760? 760 Nächste Stufe 760 Ah doch, das schaffe ich auch Jetzt noch bei der Hälfte, also ich muss bei 20 Sekunden fertig sein Naja, sogar fast bei 30 Sekunden EASY PEASY Ha! Ah! Easy peasy Oh, da hat der Nächste Oh, ich hab keinen Epic mehr Hm, schade Oh, da hat der Nächste Oh, da hat der Nächste Oh, da hat der Nächste Oh Oh, da hat der Nächste Oh, da hat der Nächste Oh, da hat der Nächste fertig. Drei Geschenke schon gegeben. Zwei muss ich noch geben. Wie kam ich gerade da hin? War doch hier noch gewesen. Oh Scheiße. Aber wieder erst die andere. Dungeon. Eine Dungeon musste ich machen. Und wieder fünf Minuten. Na dann. Schauen wir mal was alles zu finden, was ich einsammeln kann. Ich habe noch eine Haube. Ich habe noch eine Haube. so 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 online das kia so 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 212 nice ich werde mal spielen lassen so 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 los so 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 16 so 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 jetzt mal die 20 Queste Ah, da ist wieder Friends Ich habe gar nicht geschrieben, weil er schreibt automatisch Was hat sie geschrieben? Was habe ich geschrieben? So, Adam Ich brauche noch ein paar Freunde für meine Quest Mensch Ah Shikamaru Sukubus Eis Was hat da hier? Also wie man sieht, das Spiel spielt sich ja eigentlich von ganz allein Man muss nicht viel machen Oh Oh Ich kann hier noch ein Geschenk geben Ah Nochmal Ja 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 Dann war eine fertig Eine von 10 Ich glaube ich mache das bisschen vorspulen Ich glaube ich mache das bisschen vorspulen Ich kann da nicht Ich kann da nicht hinschauen Ach das ist der, der gekämpft hat Okay 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 Ich bin 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 erst mal so eine DE reingemacht das dauert immer noch 6-6 Minuten ich kann 10 Sachen reinmachen 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 4 5 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 6 5 5 5 5 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 11 12 12 13 15 16 16 20 20 Facebook wieder. Hardcraft, Handcraft, Movie, G.U.T., das ist Games of Thrones. Ich denke mal, das ist Games of Thrones, G.U.T. Oder? Nein, das ist bestimmt kein Games of Thrones. Kann kein Hobby sein. Ich weiß nicht, das ist ja dann Fernsehgucker. Stream. Oh, Stream. Oh, fertig. Easy peasy. Haben wir fertig gemacht. Dann die nächste Quely. Da. Nochmal. Nochmal Mikrodungeon. Ich glaube, die haben wir gerade gehabt. Easy. Aber jetzt nochmal. Nochmal. Nochmal 8 Minuten. Ja. Also ich muss meinen neu ausrüsten, so wie es aussieht. Ich habe hier G6 Teil und ich bin noch bei G4. Ja. Dann rüsten wir mal aus. Equip. Die voll. Hm. Das ist eigentlich immer Equip. Ich verstehe das nicht. Nein. 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 Oh, weggeschmissen. Das ist wahrscheinlich ein Entschluss hier. Not Unlock. Aber den auch. Der 180 bin ich lange. Ich bin schon, ich glaube es war 20 jetzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß es nicht. Warum kann ich meine Sachen nicht... Alle drei Splitten... Im Sortieren sind sie wieder zusammen... Naja... Ich weiß nicht warum ich die Sachen nicht wechseln kann... Genau... Level Up... 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 Kein Level Up... Also ich hab jetzt... Weh... Weh... Und jetzt kannst du nur in die... Weh... Action... Character... Look... Um... Obviamente Else ... Dольшabenei... Ah, das ist der letzte Bus, ja, nächste Welle, ähm, jetzt kommt's, äh, oh, da, yes sir, das war die nächste Daily, die wir geschafft haben, Daily, ich hatte doch 10 gehabt, ich bin aber jetzt schon bei 11, ah, ok, so, ich muss ja 20 machen, haha, dann gehen wir mal zur nächsten, Coin Dungeon, die dauert 10 Monat, oh, oh, ähm, 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 Gott sei Dank, ähm, ja, ist aber nicht abgeschlossen, so, 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 auf Exit gedrückt, oder irgendwas benutzt, das ich auf Exit gedrückt, so, 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 den habe ich ja schon bevor es ist, den brauche ich ja nicht mal andrücken das war 10 bis 420 das müsste ich machen danach, bevor ich 421 bin so jetzt müssen wir mal kurz die eine daddy war die hier die geht nur von 210 bis 220 ich bin 217 die ist noch gesperrt die 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 Was ist das denn? Oh, fertig. Das auch. Der blitzert auch so. Der auch. Der blitzert auch. Der blitzerts. Das war's. Das war's. Wie soll das sein? Oh, mit Level 80. Die kann ich nicht abschließen. Okay, weiter geht es mit die Daedys. Dann werde ich nochmal die Coins machen. Ah hier steht was ich alles besiegen muss. Ich habe sieben Minuten Zeit muss das zerstören. Den und die Acht. Den muss ich zerstören. Ich denke mal die Dungeon ist wahrscheinlich auch für zwei Leute. Und jetzt die Puppen da alles zerstören. Geld, 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 Geld. Jawohl, ja. Das Rappet in der Kasse. Noch drei Stück. Und noch einer. Fertig. Jo, noch schnell einsammeln. Und raus hier. Easy peasy. Easy peasy. Yeah. Okay. Okay. Okay, jetzt kommt der hier. Mein... Ich bin 500 stark. Ja. Ja. Ah okay. Gott. Gewonnen. So ein bisschen unfair. Der ist 100. Gegen zehn Stück waren das, ne? Gegen zehn Stück waren das, ne? Also das ist immer das stärkste in der Mitte. Level 20. Ich bin 217. Ist doch fair, oder? Find ich auch. Fairness muss sein. Auch Level 20. Gut, das ist glaube ich Computer. Ich bin nackt. 200. Ja. Es wird schwieriger. Ich muss jetzt warten, ne halbe Stunde. Okay. Okay. Es sind die Daily jetzt fertig. Nein. Oh, ich muss ne halbe Stunde warten, bis ich den nächsten machen kann. Das ist ja verrückt. Dann mal Server Ghost King. Drei Stück. Drei Stück. Es sind hier auf. Ha! Ich verstehe nicht, warum ich die besseren Sachen nicht anlegen kann. Hier, alles bessere Sachen. Warum kann ich die nicht anlegen? Das wird schnurrt. Ist das vielleicht so? Wie in dem einen Spiel auch. Du musst erst eine Quest abschließen, um bessere Sachen zu tragen. Wenn ja, dann müsste ich die ganzen Queste spielen. Das dauert mir alles zu lange. Ich mache hier den Bosskampf noch. Was für Dallys kann ich hier noch machen? Ach, die schnelle. Gea Dungeon. Was ist hier? Das war's für heute. So, ich bin erstmal wieder rausgegangen, ich probiere noch, da hat er ja einfach nur gehauen. Bis zum Flur 140, ich bin grad mal auf Flur 13. 140. 140. Verrückt. Not funktioniert. nicht. Der geht gleich auch nicht mehr. Das schaffe ich nicht. Mikro Escort. Ja Leute, das wird mir alles jetzt ein bisschen dauern. Damit will ich sagen, ich werde es hier beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.